Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo Leute, herzlich willkommen zum ersten Video einer neuen Serie und zwar über das Spiel Crossout. Seit Anfang dieses Jahres spiele ich dieses Spiel und ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht mal an der Zeit, dass ich hierüber auch ein Video mache. In dieser Folge ziehe ich mit einer etwa 3500 PS starken Maschine in den Kampf. Mal sehen, was dabei rauskommt. Es folgt nun ein kleiner Zusammenschnitt einiger Gefechte. Ich wünsche gute Unterhaltung. Als Mission habe ich mir Hohl die Schrotflinte ausgewählt. Desert Valley, eine ziemlich staubige Strecke. Okay, und los geht's. So, erstmal ran an den Feind. Okay, das war... Ja, sorry. Ich bin gerade einmal mit der Rakete reingefahren. Okay, hier um die Ecke. Ah, da. Oh, 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 oh. Oh. Okay. Okay, Rakete von hinten. Scheibe. Okay, dann schlau. Dann fallen wir mal um die Decken. Ja. Und schon hat man die Hosen runter. Hm. Schauen wir lieber hier drüben rum. Und dann kommt ein Hopfer. Sersho, Sersho. Und, ja. Und dann schnell wieder ein bisschen wegdrehen. Der, okay, der ballert nicht mehr. Und weg ist er. So. Ah, und da muss noch eine Strecke sein. Da war noch einer. Okay. Jo, ich glaube... Ja, erobern. Ja, es sind noch zwei Gegner. Die sind in unserer Basis. Jo. Das sieht ziemlich gut aus. Ich denke mal, ich bleib mal hier. Jo. Okay, der geht los. Das ist gut. Das sieht wirklich prima aus. Abwarten und Täter. Haha. Da war es nur noch einer. Okay, ich denke, die Schlacht ist gewonnen. Jo. Mit Eroberung. Der beste Kampf ist der, den man nicht kämpft. Haha. Und da ist tatsächlich auch die Shotgun. Hurra. Das hat ja schon mal geklappt. Jo. Mittelmässige Punkte, aber ja. Es geht weiter mit einer Map, die ich nicht sonderlich mag, aber ja, hin und wieder gewinne ich auch hier. Mal schauen. Ach, das ist ja eine Domination Map. A, B und C. Okay. Na dann. So, erstmal den Punkt hier erobern und dann weiterschauen. Wie es aussieht, ist der Gegner langsamer. Mal schauen, was auf zum nächsten Punkt. Angriff. Mal schauen, was kommt. Und da sind schon die Ersten, oder der Erste, der Erste wäre, okay. Okay. Oh, malo. Okay, das war mal drunter. Ja. Ja. Mal schauen, was geht weiter. Am Ende ist es ein Ballert einer. Ich bin in der Saal. Okay. Tschuldigung. Hab den Gruß erwidert Okay, am besten gehe ich hier ein bisschen entdecken Lass mich vorbei, lass mich vorbei Und dahin ist noch einer Okay, das ist ein bisschen mühsam hier zu wenden Aber okay, am Griff Wo wir sie hin, da ist er Auf ihn, Mikkelbrüll Und wegfahren Okay Und hier liegen wir sie ganz schlecht Ganz, 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 ganz Okay, dann kommt er noch Und okay, das war er nicht Da ist einer Ja, er nimmt das Nimm das Okay, ich glaube ich bin ziemlich Am Ende Geht, hab zwar noch ein bisschen, aber Nix mehr Gescheites zum Rumballern Okay, mal gucken Hat der das Und das war das Gescheites Und jetzt Ja, es bleibt da noch übrig Als sich zu opfern Okay, ich nehme dich mit Ich nehme dich mit Oh, voll erwischt Naja, immerhin Ein kleines Opfer Okay, es steht 5 zu 2 Ich denke mal Das sieht gar nicht so schlecht aus Ja 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 Okay Wobei, wenn es jetzt hier noch Ordentlich zur Sache geht Ne, hat keiner gemacht Schon, weil es das aussieht Okay, jetzt ist es ruhig eingenommen Dann gibt es Rambazamba Ah, jetzt schon Okidoki Es sieht ziemlich nach Sieg aus Ups Jo, Sieg Und Hurra Ich bin endlich im Level gestiegen Jawohl Sehr schön Prima Punktemäßig Oh Geht so Und nochmal ne Shotgun Hurra Auf nach Rock City Und wieder mal ne Domination A, B und C Ja, dann wollen wir mal schauen Ups, was war das? Okay Okay, was für ein Irrer Und Buff Weggesagt Ja Ich habe mich angeprettert Als wäre der Teufel hinter ihm her Und gleich wieder mal die Zone zuerst besetzen Okay Der Gegner ist schon voraus Oh ja Das geht ziemlich schnell Naja Mal gucken, ob man was hier sieht Ah, noch nicht Aber die Aha Da kommen schon die ersten Vorboten Und da hinten ist einer Schade Nicht getroffen Dann gehen wir mal schauen Okidoki Und da haben wir sie Besten Ein Stück Vorfahren Und Ok Einmal Rad weg Scheibe Oh nein, 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 nein Ups Was war denn das? Komischer Ton Äh, was ist jetzt los? Und Noch eine Rakete abbekommen Das sieht ziemlich schlecht aus Ich glaube ich habe noch ein Rad verloren Ja Und Wuff Ja So sieht es aus Wo ist der Rest? Bei der Basis Ok Da war einer Jetzt Und Noch ein Gegner Jo Jetzt einfach nicht die Nerven verlieren Und voll daneben schießen Okidoki Ja Das Als hätte ich den eigenen abgeballert Ne Das geht ja gar nicht Ok Und Jo Ich glaube Sehr schön Hat es doch noch gereicht Hurra Ok Ein Passivkühler Auch nicht schlecht Punktemässiger Ich bin nicht mehr gleich schlecht Aber Wir haben gewonnen Und Weiter geht es mit der Fabrik Rock'n'Roll Ich gehe mal links rum Ok Der andere geht auch da lang Das ist schon mal gut Mal schauen Da kommt schon die erste Ok Mal ein bisschen Eine Höhe gewinnen Einen besseren Überblick verschaffen Und 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 Dann zuschlagen Na Da wäre einer Und Knopf daneben Oh Nächster Kandidat Okidoki Angriff Und Das war Die Sieht schlecht aus Nein 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 Sieht ganz schlecht aus Ok Und Weg ist die Kanone Ich könnte glühen Geh gut Ok Äh Ah Weiter geht es Im Text Ich kriege ich Ich kriege ihn Oder doch nicht Lieber ein bisschen abkühlen Vorher Uiuiuiuiui Sonst schmelzt mir noch die Karre da hin Und Weiter geht es Gib ihm Scheibe Mit Shotgun Alleine Ist nicht so doll Aber Und Weg ist er Angriff Ok Rakete eingeschlagen Sehr schön Und Ja Bleib du nur vor mir Ok Das war Uncool Jippie Das war der Letzte Hurra Glück ab Und Noch den Schockern Heute läuft es aber gar nicht schlecht Und Und noch eine Runde Rock City Ich würde sagen Das ist die letzte Runde Für dieses Video Jo Mal gucken Was dabei rauskommt Und nochmals Domination Sehe ich gerade A B Und C Ich höre schon die ersten Raketen fliegen Aber war wohl nichts Ok Mit der MG Ok Die vergriechen sich jetzt da hinter dem Container Ist natürlich schlecht Und irgendwas ballert mich an von der Seite Ok Ich glaube ich gehe mal rüber Schau mir das mal ein bisschen aus der Nähe an Ja Ein Beifahrer wäre eigentlich nicht schlecht gewesen Aber Ja gut Ok Daumen hoch Ok 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 Da ist er Soll drauf halten Oh Aha Ich habe doch Unterstützung Sehe ich gerade Das Immer gut Irgendwo kommen die Raketen angeflogen Bäh Ok 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 Feind Feind Vorläufig Gehen wir noch ein bisschen die Attacke rüber Und das sieht ganz schlecht aus Ja Leider nur noch eine Shotgun Ok Ok Die Shotgun ist langsam auch weg Ja Oh Und da kommt noch sein Kumpel Und er sprengt mich natürlich noch weg Und der Gnade gestopft Tja So kann es gehen Man kann nicht immer gewinnen Jetzt hoffe ich unsere Team Ja Es steht ja 5 Zu 1 Was will man da noch mehr Hurra Wir haben nochmal gewonnen So Leute Das war's Ich hoffe euch hat dieses Video gefallen Falls ja Würde ich mich freuen Wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lässt Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Euer Pet Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal